Dann schicke ich dich höchstpersönlich in die Hölle. Wir sind bereits in der Hölle, ihr Komiker. Und jetzt Maul halten. Ich schlöse von Hannigan Ignatius, ich bringe dich zu Opa. Warst du schon besoffen? Peter, die Oma ist tot. Behauptet's gut, dass die Frau ist. Was ist denn da mit Oma? Das wirst du schon sehen. Servus. Wodkig. Wodkig, Wodkig. Aspirin. Deutsche Aspirin. Danke. 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 Danke.